Okay, dann wo siehst du dich jetzt in Zukunft auch bei der SSM Partner? Du hast jetzt ja in 2022 Bei unserer Agentur bist du Nummer 1. Was würdest du für Tipps geben? Wie hast du das geschafft, Nummer 1 zu werden, eine Konstante in deiner Leistung zu bringen? Wo holst du dir die Motivation? Und was würdest du für Tipps an den Zuschauern geben? Sehr gerne. Grundsätzlich sage ich immer, man sollte einen Weg gehen, wenn man dazu bereit ist, die Hürden, die Steine auf dem Weg auch anzunehmen. Und das ist da auch nicht anders. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Es ist ein toller Job. Es ist wahrscheinlich ein Job, der dir viele Träume verwirklichen kann. Man kann sehr, sehr viel Geld verdienen. Das ist alles wahr. Aber es ist nicht geschenkt. Das muss man sich bewusst sein. Und ich glaube, es ist eine Illusion, wenn man das Gefühl hat, ich kann hierher etwas kaufen, etwas tun und verdiene mein Geld. Nein, so ist das schon nicht. Aber wir haben einen harten Job. Wir müssen durch sehr, sehr viele Welt und Wände laufen. Und da dürfen wir einfach Hartnäckigkeit nicht aufgeben. Ja. Und da muss man einfach dranbleiben. Grundsätzlich, das sollte keine falsche Message werden. Aber wenn man keine Tiefs hat, dann ist das kein richtiger Weg. Das gehört wieder dazu. Ja, gehört wieder dazu. So empfinde ich es auch und so lebe ich es auch. Darum denke ich, ist entscheidend. Und das ist das, was viele erfolgreiche, weniger erfolgreiche ausmacht. Ja. Wie verhalte ich mich während und vor allem nach so einem Tief? Ja. Was nehme ich mit? Was für Erfahrungen nehme ich mit? Was mache ich besser? Und etwas, was ich immer versuche, daran zu halten, ist Selbstkritik. Ja. Das ist etwas, was ich extrem darauf achte. Bevor ich irgendetwas oder irgendjemanden kritisiere, lege ich mich selber auf. Was hast du gemacht? Was sind deine Fehler? Was hast du gemacht? Eine Selbstreflexion. Und ja, das sind so die Tipps, die ich meinen Kollegen mitgeben würde, wo man darauf achten sollte. Einstellung. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn ich die Einstellung nicht habe, um erfolgreich zu werden, dann will ich das auch nicht. Per Zufall vielleicht mit einem Lucky Punch. Absolut gibt es auch genügend Beispiele. Aber ich weiss, ich habe es mir erarbeitet, ich habe es geschafft und ich bin hierhergekommen, bevor es wieder eine Einstellung gab. Dann folgt sich darauf der Wille. Wenn du keinen eisernen Willen hast, sage ich dir, lass es sein. Durchhalten. Ja. Jawohl. Das ist sehr entscheidend. Und natürlich am Schluss der Fliess. Fliess, Arbeitswillen, Freude an der Arbeit. Ist das ein wichtiges Thema? Freude, Spass? Gehört das dazu? Wie sieht das aus bei der SSM Partner? Es ist gerade ein guter Input mit der Atmosphäre. Bei unserer AG allgemein bei der SSM Partner. Wird da etwas gemacht für die Mitarbeiter? Wie empfinde ich das jetzt im Vergleich zu früher, als du bei anderen Gesellschaften erlebt hast? Wie ist das? Welcher Faktor? Also zuerst einmal zum Freude und zum Spass an der Arbeit. Ja. Wenn die Säule aufzählen, ist das für mich das Dach vor allem. Ja. Wenn du keine Freude und keinen Spass an dieser Arbeit hast, wird es sehr schwierig. Das ist auch etwas, was essentiell ist. Weil unsere Arbeit ist, Kunden zu gewinnen, Menschen zu gewinnen. Und ich glaube, das wird sehr schwierig, egal was du machst, wenn du die Freude und den Spass nicht überbringen kannst. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist in der Relation in unserem Job verhältnismäßig über dem Durchschnitt, was es da braucht. Ich behaupte, das ist jetzt keine Statistik, aber wenn ich meine Abschlüsse oder meine Erfolge reflektiere, gefühlt sind das 80% Sympathie und Vertrauen, die mich zu dem Kunden zum Abschluss gebracht haben. Und die restlichen 20% sind dann doch Kompetenz, Fachwissen, was es natürlich auch braucht. Aber eben auch nochmal, wie wichtig das ist, dass man Freude und Spass hat an diesem Job. Und ja, da wird vieles dafür gemacht. Die Motivation der Mitarbeiter in jeder Stufe spüre ich. Das spüre ich bei meinem direkten Vorsitzenden, das spüre ich bei meinem Generalagent. Das spüre ich, wenn wir ein grosses Event haben, dass so viel dafür gemacht wird. Natürlich, weil man weiss, wie wichtig das ist. Ganz klar. Aber ja, das ist aktiv. Das ist ein Punkt, wo ich merke, das ist in der Firmenphilosophie, dass es den Mitarbeitern gut geht. Oder ganz kurz zusammengefasst. Ja. Memo, wo siehst du dich jetzt in den nächsten, sagen wir zwei Jahren? Was ist jetzt noch dein Ziel bei den SSM Partners? Wo möchtest du noch hin? Wo siehst du dich? Das ist jetzt auch wieder typisch für mich. Alle dürfen fünf Jahre planen, ich darf natürlich nur zwei Jahre planen. Danke. Spass. 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 Ich glaube, du kennst meine Ziele, meine persönlichen Ziele, privat und beruflich. Ich möchte die Karriere leiten, so schnell wie möglich. Aber wichtiger, so stabil wie möglich steigen. Ich möchte das vermeiden, dass ich nochmals zu oberst oben bin, dann runtergehe. Und das ist jetzt zu dem Thema, was wir vorher besprochen haben. Was nehme ich mit? Was für Erfahrungen nehme ich mit? Ich habe meine Tiefen erlebt, die möchte ich nicht mehr leben. Und dort, wo ich es kann, möchte ich das vermeiden. Und darum ist für mich im Moment, wie noch nie zuvor, Qualität vor der Quantität. Ja. Ob das jetzt bei den Abschlüssen ist, ob das bei der Rekrutierung ist von den Mitarbeitern. Auf allen Ebenen ist das mein Hauptmotto im Moment. Qualität vor der Quantität. Okay. Dankeschön. Jetzt noch zum Schluss. Wenn ich jetzt zurück schaue, dazumals, und dich jetzt anschaue, den Memo heute. Wie siehst du die Entwicklung, die persönliche Entwicklung auf der einen Seite, als Mensch, von den Ausbildungen, die du auch jetzt geniessen durfte, und wie siehst du dich auf der finanziellen Seite der Entwicklung? Wie hat sich das entwickelt jetzt, in dieser Zeit? Wenn du sagst, von damals, musst du mir definieren, von wem damals? Von der Gesellschaft, früher, als du den Schritt gemacht hast, zum Makler zu uns. Wie siehst du da jetzt die Entwicklung der Ausbildung, die du genossen hast, vom persönlichen, und jetzt auch von der anderen Seite, vom finanziellen? Oder sagst du, jawohl, es hat sich gelohnt, ich habe Freude, und das ist ein riesiger Fortschritt, den ich gemacht habe. Wie siehst du das? Also ich bin zuerst einmal sehr dankbar, dass ich zurück schaue und sage, ja, ich würde diesen Weg wieder gehen. Das ist für mich etwas vom Wichtigsten. Der Grund dafür sind natürlich finanzielle Veränderungen, Möglichkeiten. Wenn ich das eins zu eins vergleiche, ohne ein falsches Bild zu erwecken, ist meine Definition jetzt, damals, als ich in einer Gesellschaft gearbeitet habe, von der Honorierung, das System, der Aufbau, das System, ist ganz klar gesehen, du hättest ein Kalt gehabt, ja? Das ist dein Haupteinkommen gewesen. Und je nach deiner Leistung hast du noch ein kurzes Obendrauf gehabt. Wenn ich das aber vergleiche mit der Parallelität und mit dem Verhältnis zu dem, was wir in einer Struktur wie bei der SM haben, ist das einfach unfair, weil ich, grob gesagt, ich hätte dreimal mehr Leistung bringen können als mein Arbeitskollege, habe aber vielleicht 10-15% noch etwas darauf bekommen und das war's. Und da bestimme ich es selber. Und ich weiss es dann aber auch, und das ist auch wichtig, es ist nie jemand anderes schuld. Ich bin mir selber schuld, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe. Und das ist das, wo ich mich wohlfühle. Weil ich bin ein Mensch, ich achte, also von meinem Charakter her, von meiner Persönlichkeit her, ich miet Konflikte. Weil ich weiss, wie unangenehm ich in einem Konflikt sein kann. Das möchte ich meinem Gegenüber ersparen. Und das ist auch etwas, ich habe diese Diskussion nie. Ich muss zu niemandem hersecklen und sagen, hey, mein Lohn reicht mir nicht und ich habe diese Probleme, ich habe das. Ich muss mehr verdienen oder jemand darum bitten. Nein, ich mache es selber. Ich bestimme das selber und leiste es auch selber. Und das ist eigentlich der grösste Unterschied, wenn man diese zwei Verdienstsysteme miteinander vergleicht. Und von der Persönlichkeit her? Persönlich, ja. Ja, persönlich. Ja, es ist auch eine Zeit her, oder? Da verändert man sich auch persönlich, ganz klar. Aber wenn ich mir das überlege, denke ich, der Weg, wo ich zuerst gegangen bin, ist ein typischer, klassischer Weg der Gesellschaft, wo man halt geht. Ja. Von den Kindern, von der Familie, auf die er aufgerufen wird. Ich gehe in die Schule, mache deinen Abschluss, gehe studieren. Ja. Und diesen Weg bin ich auch gegangen. Ich will das nicht schlecht machen, gar nicht. Ich habe mich auch dort sehr gut gefühlt. Und es ist für mich auch eine Freude, diese Ziele zu erreichen. Dort hinzugehen, wo meine Eltern mich sehen wollten. Was es mir nachher einfacher gemacht hat, ich meine, ich kann dir nicht erklären, was passiert ist, wo meine Familie von mir hat erfahren, dass sie die grösste Bank der Schweiz verlassen durfte. Und einen Weg gegangen, wo viele gesagt haben, hey, bist du eigentlich fürcht? Und den Wortwahl, die wir jetzt entsprechend behalten. Und ja, ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Auch froh, dass ich, nicht der falsche Weg, aber der Weg, den ich nachher nicht mehr wollte, auch gegangen bin. Ja. Jetzt habe ich die Fragezeichen nicht mehr. Und von dem habe ich Angst, die Fragezeichen im Kopf zu haben. Was wäre, wenn, das will ich nie haben. Darum, ich weiss, ich habe es gemacht, ich habe es probiert. Und vielleicht ist es auch, wie soll ich das sagen, eine Motivation für draussen, wenn man sagt, ich bin dort auch erfolgreich gewesen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, das ist nicht das Geld. Das ist etwas anderes, was mir fehlt. Ja. Selbsterfüllung. Und da kann ein Beruf oder ein Job sehr viel dazu beitragen, aber sehr viel von dir auch wegnehmen. Nein. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man im Job glücklich ist. Weil wir haben die meiste Zeit, das haben wir in der Arbeit. Gut, super. Danke vielmals, Memo, für dieses interessante Gespräch. Und ich wünsche dir in Zukunft noch weiterhin viel Erfolg, dass auch in Zukunft Nr. 1 bei uns fragen wird. Danke vielmals. Immer zusammen. Danke schön.